Ganz, ganz empfehlenswert, diese zwei Bücher für die Kinder ab drei Jahren schon. Schaut, das ist die Vorbereitung, um den Buchstaben, die Bewegung Mund und Atem in Kombination wahrzunehmen, um die Buchstaben später zu lernen, aber bereits durch die Sprache, durch das Gesicht, durch das Fühlen des Atems, durch Mund und Nase wahrzunehmen, sich bewusst zu werden. Das ist der Grundstock fürs Level, wenn wir dann später unsere, nicht nur in die Schule gehen und lernen zu schreiben und zu lesen, sondern auch später die Wahrnehmung zu haben, durch die vorige Schulung unsere Gedanken zu kontrollieren und das Wort auszusprechen. Also, Bewusstseinslevel, erste Basic, wahrnehmen, wie geht überhaupt der Buchstabe aus unserem Mund, aus unserem Körper heraus?